Zusammenhang mit den punktförmigen Einblutungen im Bereich der Augenbilder-Harte und mit dieser einen Angriff gegen den Haus. Ja, kann man das vielleicht wechseln da? Danke. Na, du bist mir schon abgegangen. Und was machst du da? Ja, ich bin im Dienst. Was soll ich machen? Meine Mutter ist zu Hause. Todeszeitpunkt? Kerntemperatur 36,2, als ob von einer Stunde jetzt noch geht. Warum teilst du dir deinen Dienst eigentlich immer ganz genauso ein, dass dann deine Mutter bei den Kindern ist? Du hast von sieben Tagen in der Woche zwei Tage die Kinder. Servus, Schöffin. Hallo. Die Tote heißt Valerie Leski. Einige Zeugen haben sie erkannt. Sie hat gleich da in dem Haus gewohnt. Ja, nicht im Erdgeschoss, nehme ich an. Aber ob der Sturz die Todesursache ist? Schaut euch mal die Spuren am Hals an. Da tut mir gleich alles weh. Das ist nicht ansteckend, Franny Jack. Komm, wir schauen uns die Wohnung vom Opfer an. Ich muss nämlich weg. Wieso, hm? Die Kinder? Ja, die sind doch bei mir. Eben? Wann kriege ich den Bericht? Ja, ich beeile mich ja. Ja, davon gehe ich aus, nachdem unsere Kinder bei dir zu Hause warten. Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja. Ja. Vielen Dank.